Reluxnet Sie suchen passende Leuchten, Lichtquellen oder Sensoren für Ihr Projekt? Nutzen Sie die Produktdaten für Ihren Planungsprozess mit den Applikationen von Relux. Suchen Sie in der Reluxnet-Datenbank nach dem gewünschten Produkt, in dem Sie den Filter verwenden. Vergleichen Sie ähnliche Leuchten-Typen, um den passenden für Ihr Projekt auszuwählen, das Sie auch in Relux öffnen können. Sie können es auch als Favorit speichern, um es auch in anderen Projekten nutzen zu können. Laden Sie Ihre eigenen Produktdaten hoch. Machen Sie die Online-Datenbank zu Ihrem täglichen Werkzeug. Daten können nicht mehr aktuell sein als dies. Laden Sie dann andere Firmenkollegen ein, um das gleiche Konto zu teilen. Zudem, wenn Sie die passenden Produktdaten in Reluxnet suchen, stellen wir Ihnen verschiedene Formate zur Planung in Relux, AutoCAD oder Revit zur Verfügung. Öffnen Sie die fotometrische Datei von Reluxnet in Relux und vereinfachen Sie Ihren Planungsablauf. Führende internationale Hersteller stellen auf dieser Online-Plattform rund eine Million Produktversionen in Messdaten Ihnen zur Verfügung. Jetzt sind Sie die